Und ein Moinzen zu mal wieder einem VfB News Podcast, der auch, weil es nicht mehr, ja was heißt nicht regelmäßig, aber halt nicht mehr jede Woche irgendwie auf einen Termin festgelegt kommt, sondern halt dann, wenn viel da ist, weil man viel bequatschen kann, nicht einfach irgendwie jede scheiß News sich aus dem sonst wo ziehen muss, um darüber zu labern. Und jetzt haben wir es wieder, soweit, wir haben einiges vor uns zu besprechen, bevor jetzt am Wochenende, also rund um Weihnachten, wird vermutlich auch dann mein Hinrundenfazit kommen und dann muss ich gucken, wie das läuft, Praktikum macht keine Weihnachtsferien, die habe ich mir quasi jetzt rund um Köln und Bayern genommen, mein Urlaub, deswegen mal gucken, wie ich da die Schichten reinschallern lasse, um irgendwie in Richtung Neujahr und Silvester einen Jahresrückblick hinzubekommen, aber wird wie immer irgendwie funktionieren. Wir gehen rein, VfB-Aktion, nenne ich mal die Kategorie, ein bisschen was random zusammengestammelt quasi hier am Anfang, schöne Aktion ist das symbolische Fan-Ticket für Spiele ohne Zuschauer, habe ich ja glaube schon in dem Hertha-Vorbericht oder so, glaube ich genannt, ab dem es dann kam, ab dem da Geistespieler wieder da sind in Stuttgart, oder halt 57, ja super. 18,93 Euro, habe ja da schon ein bisschen drüber gequatscht gehabt, 5 Euro davon klingen glaube ich an VfB Fairplay, wenn ich es richtig im Kopf habe und auch da direkt an dem Tag quasi nach, kam noch, binnen weniger Stunden schon mehr als 500 VfB Fairplay-Tickets verkauft, ein Dankeschön vom VfB an die Community und so weiter, also ein schönes Zeichen, schönes Ticket. Auch schön war die Impfaktion beim VfB, weiß ich genau, im Datum glaube ich nicht mehr, ich glaube 14. oder 15. oder 16. oder irgendwie so, quasi 48 Stunden durchgeimpft, also natürlich nicht durch die Nacht durch, aber gefühlt durchgeimpft, den ganzen Tag eröffnet gehabt. Da gab es, ja, BioNTech gab es, wurde verabreicht, bis zu 3.500 Impfdosen waren verfügbar. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon genutzt wurden, aber was ich hier noch mit reinnehmen wollte, ganz interessant, haben sie geschrieben beim Zeitungsverlag Weiblingen, dass der 1893. Impfling scheinbar eine Überraschung bekommen hat, aber noch nicht irgendwie mehr gelesen, ob sie so viel hatten jetzt, ob sie so viele Leute geimpft haben und was sie dann bekommen hat. Aber auf jeden Fall generell, schöne Impfaktionen, habe gelesen, dass sie die, glaube ich, das im VIP-Bereich haben sie geimpft, dann konntest du auf der Hauptgebieter deine Minuten halt absetzen, die Wahlzeit absetzen. Das ist schon cool, so hätte ich meine Booster-Impfung nicht sowieso schon inne gehabt, wäre ich da wahrscheinlich, oder wäre ich da vielleicht sogar wirklich hin, weil das ist ja einfach nur saugeil als VfB-Fan. Hittesblecher auch nochmal hier zum Thema Olgäle und Hospital und natürlich, was die da alles wieder leisten müssen. Es gibt nichts, das sinnstiftender ist, als Menschen zu helfen, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Ich bin nochmal beeindruckend zu sehen, was die Ärzte und Pflegekräfte im Klinikum Stuttgart leisten und wie stark die Kinder und deren Eltern auf der Krebsstation sind. Haben wieder besucht, ein Trikot vorbeigebracht, ein Riesen-Fritz, das sehe ich hier auf dem Bild und so. Da ist der VfB ja eher am Start mit solchen. Kooperation ist nicht das richtige Wort dafür, fällt gar kein anderes ein. Zusammenarbeit nehmen wir es so. Auf jeden Fall schön. Auch Hitz-Zitat kommt zum Beschluss von der Bundesliga. Nachhaltigkeit wird ein Lizenzierungskriterium für die Bundesliga und Zweite Bundesliga. Grundsatzbeschluss vom 14. Dezember. Hitzberger hat darauf gesagt, oder hat sich geäußert, Wir sind beim VfB seit vielen Jahren mit zahlreichen Ideen und Projekten ein Vorreiter, Verantwortung für die Gesellschaft, unseren Klub und unsere Umwelt zu übernehmen. Mit der Aufnahme von verbindlichen Nachhaltigkeitskriterien in die Lizenzierung der DFL wird dieser Weg anerkannt und bestätigt. Wir tragen unseren Teil dazu voller Überzeugung bei. Ja, okay. Da bin vielleicht ich los, aber das klingt irgendwie nicht ganz deutsch. Auch egal. Da sind gar rüber, was auch cool ist. Es gibt jetzt wohl von der Bundesliga, weiß ich ab wann, ab nächster Saison, diese Saison schon, keine Ahnung. Aber es gibt einen neuen Award für Fair Play. Die Bundesliga vergibt den Fair Play of the Season Award, präsentiert bei Milka. Auch interessant. Einen Award gewonnen haben wir schon, nämlich hier Rookie Ito. Rookie of the Month, ist ja bekannt. Und ja, wir sind jetzt Rekordsieger mit dem BVB. Rangliste nach Vereinen, acht Stück, seitdem es das Ding halt gibt, haben Spieler vom BVB und Spieler vom VfB das Ding mitgenommen. Wir gehen zum, uppala, meine Tabs verschoben hier auf, ganz spaßig. So, wir gehen zum Thema Misslintat, der nach dem Wolfsburg 2-0 Erfolg war es, glaube ich, bei Sky 90 war. Und da ein paar Aussagen getätigt hat, einen schönen Auftritt hatte. Nummer eins, diese Mannschaft ist einfach charakterlich eine brettstarke Truppe. Es macht total Spaß, Sportdirektor dieser Mannschaft zu sein. Es macht total Spaß, dieses Trainerteam zu sehen in der täglichen Arbeit. Hier ist eine Gruppendynamik an Zusammenhalt, den finde ich außergewöhnlich. Ich mache jetzt 21 Jahre Profisport und ich finde das sehr geil, dass sich die Jungs heute selbst belohnt haben. Traumhaft und, noch fast wichtiger, Misslintat bekennt sich zum VfB. Ich bleibe während der Diskussion um Hitzesberger Nachfolge, die es jetzt auch gleich klärt, im Laufe des Podcasts, der News hier. Ja, ich bleibe. Misslintat bleibt. Der Klub ist fantastisch, sagt er. Die Namen, die Kammer, alles gerade angesprochen. Und ja, er ist mit Herzblut dabei und respektiert hundertprozentig seinen Vertrag. Der ist ja noch bis 2023 gültig. Was darüber hinaus passiert ist, die andere Frage, weil es nicht, ja, wie gesagt, kommt später. Aber sein, das, was er erscheinbar will, laut den Medien zumindest, dass es irgendwer aus dem Verein wird, ist jetzt ja nun mal nicht passiert. In Sachen Vorstandsboss und so weiter. Aber sowieso. Also klar, selbst wenn er 2023 geht, scheiße, am liebsten für immer halt einen Dude. Aber das sind immer noch anderthalb Jahre und dann ist der Typ auch seit vier Jahren grob. Oder was heißt grob? Seit etwas mehr als vier Jahren bei uns. Das ist eine unfassbar lange Zeit im Fußball. Das heißt, ich glaube, wir können uns sowieso schon mal über die Nachricht freuen, dass er Stand jetzt, auch immer schön im Fußball, Stand jetzt, bleibt. Auf jeden Fall, Vertrag erfüllt bis mindestens 2023. Ob eine Verlängerung drin ist, muss man gucken. Auch schön gesagt, hat er gedacht, bei Sky90 die Lage sei, Zitat, viel entspannter, als sich manche vorstellen. Auch schön, hat sich ja auch die Thematik der einen Position, ja, jetzt geklärt. Kommen wir auch schon dahin. Werle. Kategorie Werle. Da kam jetzt schon am 15.12. kam raus, dass der FC Köln seine Geschäftsführung erweitert und Werle nicht verlängern wird. Dann kamen die ganzen Gerüchte rein, auch von der SCN zum Beispiel, dass halt Werle sehr, sehr konkret wird und die Lösung Werle kein Konfliktpotenzial zu den aktuellen Verantwortlichen im Sport versprechen. Aber ein bisschen hat es hier der starke Mann und soll das als Sportdirektor vor es bleiben. Werle ist es dabei nicht nur gewohnt, sich aus dem Sport herauszuhalten, sondern er weiß, dass die Kaderplanung und das Transfergeschäft nicht seine Kernkompetenzen sind. Einfach gut, klingt auch einfach schön. Dann kamen die Nachrichten. Werle Verpflichtung steht kurz davor. Das war jetzt dann gestern, vorgestern und so weiter von jeglichen Quellen und dann heute. Offiziell 10 Uhr, heute am 22.12. Alexander Werle wird Vorstandsvorsitzender des VfB. Der 46-Jährige übernimmt die Position im Laufe des Aprils 2022 und tritt damit die Nachfolge von Thomas Hitzesberger an. Herzlich willkommen zu Hause, Alexander Werle. Einfach, weil er auch schon mal beim VfB war. Früher schon ein Ticken her, aber er war auch mal beim VfB. Und da streiten sie so ein bisschen Gemüter, auch gerade, wenn man auf Twitter unterwegs ist. Die Köln-Blogger, die Köln-Podcaster, wie auch immer, haben eher Kritik an ihm und nicht unbedingt nur Lob. Und alle anderen, die Medien und Leute, die mit ihm seinen Weg gekreuzt haben, loben ihn. Auch der Kicker bringt einen Kommentar. Köln, Kommentar zum Abgang von Geschäftsführer Alexander Werle. Ein Mann, den man eigentlich nicht gehen lassen darf. Das klingt dann halt auch wieder extrem, extrem positiv. Wie haben Sie es hier auch noch geschrieben? Genau, mit Werle verlässt den FC ein Mann, den man eigentlich nicht gehen lassen darf. Visionär, pfiffig, überragend in der Akquise, immer neuer Sponsoren und fantasievoll im Bekämpfung von wirtschaftlichen Krisen. Werles Verdienste sind unbeschritten. Es ist ja gefühlt schon Ritterschlag, was die hier beim Kicker machen. Also, lasst den Mann mal hierher kommen. Gebt auch bei uns gemischte Gefühle. Ich kann null und gar nichts zu diesem Aufgabenbereich sagen, ob der krass ist, ob nicht. Ich kann nur das hier lesen. Ich kann auch nur sagen, dass er auch, glaube ich, ein bisschen da mal angesprochen wurde. Der hat auch gesagt, dass er, ich weiß nicht genau das Zitat, aber ich glaube auch, außergewöhnlich gute Arbeit macht bei Köln. Irgendwie sowas Zitat, glaube ich, von Missland hat über Werle. Und sagen wir, was er dann machen lässt. Und da sich nichts irgendwie keilt oder so, ist ja unser Hauptziel eigentlich getan. Also, alles entspannt in der Sicht. Thema Investor. Ist quasi jetzt schon länger her als Werle, aber passt halt chronologisch hierhin. Weil natürlich jetzt auch, wenn dann klar ist, dass Werle kommt. Und offiziell, natürlich erst im April. Aber dann wird man auch jetzt schon dann quasi mit dem Werle vielleicht besprechen können. Investoren, Sponsoren, wie es ja auch vorhin hieß, Akquise von Sponsoren und so weiter. Macht ja mehr Sinn, den sicher zu haben und zu wissen, ey, mit dem schauen wir jetzt mal zusammen schon mal nach Sponsoren. Und nicht nach dem Motto, ich hole einen Sponsor und drei Tage später kommt erst Werle. Das macht ja irgendwo keinen chronologischen Sinn, wenn der quasi erst nach dem Sponsor kommt und da keinen nicht mitreden darf. Aber was wir hatten am 15. Dezember, vom Bild waren, glaube ich, die Nachrichten, der bayerische Finanzinvestor Bregal hatte 40 Millionen Euro für 11,75 Prozent Einteile geboten, wie auch Anker Investor Daimler. Dazu ein 60 Millionen Kredit für Projekte wie Stadionumbau. Am 30. April unterzeichneten die VfB-Bosse und das Finanzunternehmen eine schriftliche Absichtserklärung. Es wurde sogar darauf angestoßen, am 5. Mai die Kehrtwende, Vorstandsboss Thomas Hitzesberger sagte per SMS ab, Grund, die Zinsen sollen zu hoch gewesen sein. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Ding. Das waren ein paar Millionen, aber da werden die schon die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Und laut STN steht sowieso quasi der nächste irgendwie vor der Tür doof gesagt. Nach Informationen unserer Redaktion soll der VfB in den Verhandlungen mit einem möglichen Investor sehr weit sein. Im Grunde herrscht mündlich gar weitestgehend Einigung. Allerdings sind aktuell die Anwälte am Zug, sie müssen die Verträge ausformulieren. Und bekanntlich kann hier der Teufel im Detail stecken. Im Januar könnte es dennoch so weit sein, als der VfB einen zweiten Investor präsentiert. Der VfB kann sich den Luxus kaum leisten, auf eine Finanzspritze zu verzichten. Doch die Verantwortlichen wollen sich den Mut bewahren, Nein zu sagen. Dennoch will Hitzesberger die Verhandlungen noch während seiner Amtszeit zum Abschluss bringen, als letzten großen Dienst. Ja, passt da rein. Jetzt ist ja Werle auch da. Also würde ich, glaube ich, kein großes Moment, wenn da im Januar was passiert quasi noch vielleicht. Du hast halt während Einarbeitung von Werle durch Hitzesberger noch kurz gezeigt, wie man einen Sponsor hier reinholt oder wie auch immer. Aber wäre gar nicht mal verkehrt. Wir stehen ja scheinbar finanziell nicht so geil da. Oder was heißt scheinbar, wir stehen nicht geil da finanziell. Wir wissen die ganzen Corona-Einbüßen. Wir wissen, dass wir auch auf dem Transfermarkt, was auch noch gleich kommt, oder genau jetzt kommen Transfers, natürlich uns auch gefühlt keinen Spielraum gibt. Und da wäre natürlich ein weiterer Investor schön. Muss natürlich auch einer sein, der passt. Also ich glaube, beim VfB wirst du hier, wirst du, glaube ich, nie im Leben oder hoffentlich nie im Leben sowas wie Qatar Airways oder sowas am Start haben. So, um die in die Richtung mal kurz, in Richtung München zu, ja, eine Nachricht rüber zu schicken. Passt nicht ganz zu Transfers, aber irgendwie ein bisschen, weil natürlich im Januar und Februar Mammusch weg sein könnte für den Afrika Cup mit Ägypten. Aber wegen der Corona-Pandemie äußerten zuletzt bereits die Nationaltrainer mehrerer Staaten Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer Austragung des Afrika Cups. Auch Stand vom 15. Dezember. Aber es könnte gut sein, Omikron und hier und da, aber auch später hier noch in den News natürlich mit drin, dass das Ding abgeblasen wird. Dann wäre uns mal, stünde uns Mammusch zur Verfügung im Januar und Februar. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Aber was auch ein bisschen länger her ist, Stuttgart hat Optionen, schnappt sich Dortmund Mafropanos. Die Option natürlich die, dass wir den im Sommer als Kaufoption für drei Millionen holen. Und der BVB willte oder müsste oder wie auch immer 25 Millionen für Dinos auf den Tisch legen. Die Gerüchte werden sich jetzt sowieso, die werden sich jetzt sowieso häufen. Also Dinos ist direkt einer, der im Sommer attraktiv wird, wie wahrscheinlich auch viele andere Spieler. BVB, ja, wäre jetzt nicht der schlimmste Klub, an den du abgeben kannst. Aber 25 Millionen, wie wir auch noch später oder gleich sehen werden, da darf schon ein bisschen mehr kommen als das. Mislintat ist auch sehr wertgeschätzt von Mafropanos, wo wir jetzt gerade noch beim Thema Mislintat waren, quasi erst. Mit Sven verbindet mich eine besondere Beziehung. Ich glaube, jeder weiß, wie viel Ahnung er von Fußball hat. Er will 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche nur das Beste für jeden einzelnen Spieler, für das Team und für den Verein. Und auch zu den Mafropanos noch, zu den VfB-Fans, weil der Junge ist ja so im Hype und auch so verdient. Ich kann allen VfB-Fans versichern, dass die Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhen. Ich spüre eine besondere Verbindung zu ihnen und das bedeutet mir viel. Die Unterstützung, die sie mir, aber vor allem dem gesamten Team entgegenbringen, ist großartig. Das gibt einem auf dem Feld einen richtigen Boost. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich weiß, dass ich mich beim VfB unglaublich wohl fühle. Ich genieße die Zeit in Stuttgart gerade sehr. Das Umfeld ist fantastisch. Natürlich kann ich mir vorstellen, lange hier zu bleiben. Zum Vertrag im Sommer wissen wir, glaube ich, noch nichts offiziell. Aber ich meine ja irgendwas von drei Jahren gelesen oder gehört. Das hat irgendwann mal auch in irgendeiner Sky-Sendung, glaube ich, oder irgendwie so. Ich meine, ein Drei-Jahres-Vertrag wäre es dann im Sommer, wenn er kommt. Das ist eh das Erste, was passiert. Er kommt im Sommer für drei Millionen, bekommt einen Vertrag bei uns. Und dann kann gut sein, dass ein Wettbieten direkt stattfindet. Aber ey, der hat da frisch unterschrieben. Der hat frisch unterschrieben, frisch erst offiziell unser Spieler dann im Sommer erst. Bist er ja nur ausgeliehen. Und dann sollen sie kommen, sollen sie kommen. Aber dann bitte auch über 25 Millionen. Dann in einem Artikel quasi, der eigentlich hauptsächlich um Afropanos ging, wurden auch ein paar andere VfB-Spieler angesprochen. Unter anderem Didavi irgendwie. Mit Didavi würde der VfB gerne um ein Jahr verlängern. Das ist schön, dass sie das wollten. Ich würde nur den Sinn nicht groß darin sehen. Also klar, so ein bisschen erstmal Skottchen und so. Und VfB durch und durch. Alles okay, das respektiere ich vollkommen bei Didavi. Aber sportlich brauchst du im Sommer nicht verlängern eigentlich. Also keine Ahnung. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Das war ja nur so ein Nebensatz irgendwo. Mal gucken, ob man das dann wirklich durchführt, im Sommer mit Didavi nochmal zu verlängern. Wer scheinbar nicht verlängert werden soll, ist Al-Ghadoui und Tommy im Sommer. Ja, ist ja klar. Weil Al-Ghadoui, das war ja irgendwie einfach eine Nettigkeit. Ohne es jetzt irgendwie böse formulieren zu wollen. Es war einfach eine Nettigkeit, dem Sommer nochmal ein Jahr zu geben. Einmal wegen den ganzen Verletzungen und so. Und dann sehr, sehr geholfen in der Aufstiegssaison und alles. Und war auch völlig in Ordnung. Wird auch nicht unser Bestverdiener sein. Deswegen alles cool. Aber jetzt spielt er ja auch in letzter Zeit absolut keine Rolle mehr. Also von dem her, oder wenig Rolle mehr. Von dem her ist ja, wird glaube ich kein Wunder, wenn der im Sommer dann weggeht. Wo auch immer er hingeht. Aber wenn er weggeht, wird es keinen Wundern. Tommy auch. Also klar, der laboriert gerade immer noch an irgendeiner Verletzung oder noch die Corona-Infektion am Auskurieren. Aber auch der spielt ja gefühlt keine Rolle bei uns. Auch bei Klement könnte es trotz ein Jahr länger laufendem Vertrag zur Trennung kommen. Auch das würde nicht verwundern, wenn Klement den Verein wechselt. Das sind glaube ich so die Hauptstreich-Kandidaten beim VfB. Interessant sind unsere Leihspieler noch. Schuljnoff. Da hat man wohl gesagt, unser klarer Plan war und ist es, dass Darko nach den laufenden Saisons zum VfB zurückkehrt. Wir beobachten die Entwicklung von Darko sehr aufmerksam und freuen uns, dass er auf Schalke viel Spielpraxis sammelt und gute Leistungen zeigt. Ja, das kann man aber auch jetzt erst über die letzten paar Spiele sagen, wo er wirklich ganz gut unterwegs war. Sonst war er wirklich auch bei Schalke schon schwierige Phasen durchlaufen. Und der Gugio Schuljnoff. Auch bei dem wird es sehr interessant, glaube ich, wie es im Sommer aussieht, wenn er zurückkommt. Weil der dann, wenn alle fit sind, ja wirklich, real talk, drei, vier Spieler vor sich hat. Der hat dann Silas vor sich, er hat einen Massimo, einen Koulibaly und wen auch immer alles vor sich. Da auf rechts von mir aus kann, ja, führe ich klar. Momo Cissé, weiß ich jetzt nicht. Aber den gäbe es auch noch, so auf rechts. Da wird es schwierig, dass der sich im Sommer bei uns durchsetzt. Aber ey, lass zurückkommen und dann versuchen wir unser Glück oder versucht er sein Glück bei uns, besser gesagt. Nochmal, das hatten wir ja schon letztes Mal. Jetzt kam es gerade nochmal frisch von heute oder von gestern, besser gesagt. Dass tatsächlich Aston Villa immer noch, dass das nicht nur, doof sagt, eine Ente war und nur kurz da war. Das Ding ist scheinbar wirklich immer noch eine Option oder immer noch ein wichtiges Target auf Englisch, dass Sosa immer noch heiß im Gespräch ist bei Aston Villa. Da war die Rede irgendwie von 30 Millionen grob oder irgendwie noch ein bisschen mehr. Mal gucken. Kann ich jetzt hier nicht genau, ja doch, in den nächsten Wochen schreiben sie hier. Also vielleicht tatsächlich doch noch im Wintertransferfenster eine Offerte von Aston Villa. Bin ich mal gespannt, wo wir die ganzen Gespräche schon hatten, die ganzen Artikel kennen, wo es heißt, wir müssen Großspieler verkaufen und so, sonst geht es komplett im Bach runter, finanziell und alles. Bin ich mal gespannt, wie wir im Winter vorgehen. Nach der News haben wir gleich noch ein bisschen dazu. Nämlich, Hertha bestätigt Kämpfinteresse, auch ganz offiziell hat es der Bobic quasi unterstrichen, dass er ein Spieler ist, der sicherlich auch interessant ist. Und da gab es ja auch tausende Gerüchte, da habe ich geführt nochmal vier, fünf Tabs vorhin geschlossen, weil die alle selber aussagen. Aber es scheint sehr klar zu sein, dass Kempf irgendwann den Weg zu Hertha macht. Ob es jetzt in diesem Winter ist oder ob es dann nächsten Sommer ablösefrei ist, muss man gucken. Aber das Ding scheint gefühlt sicher zu sein. Nur wie gesagt, der Zeitpunkt noch nicht. Sportdirektor Müsse hat äußerst sich zu Wintertransfers. Der plant keine Wintertransfers erstmal aus dem Interview heraus. Nein, wir sind 100% davon überzeugt, dass wir mit diesem Kader unsere Ziele erreichen. Wir haben ganz, ganz viele Jungs, die sich wie Neuzugänge anfühlen, die wir noch gar nicht benutzt haben. Ich sehe überhaupt keinen Grund, dass wir da nervös werden. Wir bleiben bei uns glasklar in der Analyse. Wir werden aber auch nicht unruhig, falls ein sehr starkes Köln uns heute niederringen sollte. Gut, das war noch vor dem Spiel gegen Köln. Aber da hieß es ganz klar, nö, brauchen wir nicht. So, bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, ob das so bleibt. Also, er schließt natürlich jetzt nicht aus, dass nichts passiert. Er schließt nicht aus, oder sagt nicht, dass nichts passiert diesen Winter, sondern er hat nichts Großartiges passiert. So, nichts aus Eigeninitiative. Nach dem Motto, wir gehen jetzt hier raus und suchen 300 Spieler. Klingt eher nach dem Motto, jo, vielleicht verkaufen wir was, vielleicht kriegen wir wen verliehen. Auch ein Stenzel war ja teilweise immer noch im Gespräch für irgendwelche Leinen oder sowas. Oder auch ein Kohl aus der zweiten Mannschaft. Solche Geschichten, so kleinere Sachen, doof gesagt. Aber es klingt nicht so, als würde er, oder wie soll er auch? Ich glaube, das Geld dazu haben wir auch gar nicht. Also, würde er nochmal auf Suche gehen im Winter. Können sich natürlich ändern mit einem dicken Angebot für Sosa beispielsweise im Winter. Aber bin mal gespannt, wie sie das handhaben. Ich glaube, in diesem Winter wirst du auch in Sachen Kempf, auch wenn, ja, Kempf ist eine schwierige Thematik. Weil lieber, immer generell lieber noch ein bisschen Geld mitnehmen, als den Ablöse freiziehen zu lassen. Aber da es, glaube ich, nicht so krass viel Geld wird, kannst du es da auch fast stecken lassen im Winter. Lieber den als Backup oder halt doch auch mal, wenn Ito mal wieder schwächelt, schwächeln sollte, den wieder in den Startelf bringen. Ich glaube, du wirst im Winter viel daran setzen, dass du nicht deine Top-Leute, deine, ja, wie auch ein Sosa, deine absoluten Leistungsträger abgibst. Gerade in der Situation, ich glaube, da wartest du eher auf den Sommer. Und dann kann da vielleicht das ein oder andere richtig dicke Angebot kommen. Da ist ja dann auch nicht nur ein Sosa dabei. Da ist dann auch, ja, wie es läuft in der Rückrunde, in Silas, in Kalajic, auch in Mangala. Dann haben wir Dinos gehabt. Da haben wir viele wieder, wo ganz hohe Beträge in die Gerüchteküche kommen werden. Aber ich glaube, im Winter wird es vermutlich echt recht ruhig werden. Würde ich mal zumindest erwarten. Dann interessant noch, nicht unser Spieler, nicht mehr unser Spieler im Sommer, nicht verlängert worden. Gonzalo Castro unterschreibt in Bielefeld. Spiel in der Rückrunde für Bielefeld. Wenn sie Klassener als sichern, dann ist es, glaube ich, noch mal eine Option für eine weitere Saison. So muss es, glaube ich, sein. Interessantes Ding. Bin mir auch sehr gespannt an, auf das Spiel in Bielefeld, wenn Castro dann gegen uns aufläuft. Da weiß, glaube ich, jeder schon, wie das Spiel laufen wird. Wir gehen zu den Transfermarkt-Updates. Ganz frisch, auch am Start von heute. Gehen wir den ganzen Kader hier hoffentlich schnell durch. Der Professor hat eh schon ewig. Deswegen, hier, Florian Müller, 8 Millionen, keine Veränderung. Bredlo, keine Veränderung. Schock, hat er eine Veränderung? Nee, keine Veränderung bei Schock. Anton, ein bisschen Minus bekommen tatsächlich. 7,5 Millionen Mark wert hat er jetzt. Dann kommen wir schon zu dem Kracher schlechthin. Dinos, Konstantinos, Mafropanos. 17 Millionen. Ein Plus von 183,3%. Den müssen wir, glaube ich, davor, hat er davor 6? Ja, 6 Millionen hat er, glaube ich, ja. Das heißt, um 11 Millionen ist der Kollege hoch. Und wir, ne, nochmal ins Gedächtnis. Der Typ hat jetzt, jetzt, wir saßen nicht mehr durch, der hat jetzt einen 17 Millionen Marktwert. Und wir holen den im Sommer für 3. Für 3. Das ist unglaublich, ehrlich. Also, Kempf auch ein bisschen runter. Jetzt eine Marktwert von 7 Millionen. Pascal Stenzel, ein bisschen runter, 1,5 Millionen. Sosa hat ein bisschen mehr bekommen, 20 Millionen. Ito hat ordentlich draufbekommen, trotzdem, in Anführungszeichen, nur 3 Millionen. Mola 1 Millionen, keine Veränderung. Karaso ein bisschen hoch auf 3,5. Endo bleibt bei 10. Mangala ein bisschen runter auf 20 Millionen. Nathai hoch auf 1,8. Gleicher Transferwert bei Armada 1,8. Milo 2 Millionen, keine Veränderung. Die Davi ein bisschen runter auf 1,3 Millionen. Clement 1 Millionen auch runter. Koulibaly ein bisschen runter auf 4,5. Tommy keine Veränderung, 1,8. Förster, auch frech. Der Goat, keine Veränderung, 3,5 Millionen. Führig keine Veränderung, 2,5. Eckloff keine Veränderung, 1 Millionen. Momosizeh, ein bisschen minus, 0,4 Millionen Marktwert. Keine Veränderung bei Massimo, 3 Millionen. Klimovic ein bisschen runter, oder doch schon ein bisschen gut runter, 3 Millionen. Beyers, keine Veränderung, 1 Millionen. Silas, keine Veränderung, 25 Millionen. Da kommen die dicken Fische. Kalajic natürlich auch keine Veränderung, 22 Millionen. Dann noch Al-Gadoui, keine Veränderung, 0,8 Millionen. Sanko, logisch, auch keine, ist bei einer Million. Mammusch ist hoch auf 4,5. Fahir ist bei 4,5 geblieben. Und erstmals hat es auch ein Transferwerk offiziell bekommen in unserer Mannschaft, 0,7 Millionen bei Alexis Ronaldo Tibidi. Einfach schöner Name auch. Genau, damit haben wir wieder einen sehr, sehr guten Stand, oder sehr, sehr gutes Update bekommen. Marktwert-Update. Wenn man die Kaderwerte anguckt, haben wir die dritthöchste Aufwertung bekommen in der Liga. Für uns nur Mainz und Leverkusen. Die haben noch mehr oben drauf bekommen. Unter uns dann Freiburg und Jon Bochum. Die letzten drei Plätze übrigens. Marktwert-Update. Die haben keine Aufwertung, sondern Abwertung bekommen. Borussia Dortmund auf Platz 18, Bayern auf 17 und Wolfsburg auf Platz 16. Dortmund hat ein Minus 23,9 Millionen quasi im insgesamten Marktwert der Mannschaft gemacht. Wir haben plus 12,1 Millionen gemacht. Sehr, sehr interessantes Ding. Und auch Dinos ist in der gesamten Liga der Spieler mit der zweithöchsten Steigerung. Der ist ja plus 11 Millionen hat der Kollege bekommen. Auf 17 Millionen hoch. Nummer 1 ist da Patrick Schick. Der hat plus 12 Millionen bekommen. Hat jetzt einen Marktwert von 40 Millionen der Kollege. Und auch sehr interessant. Mafropanus damit jetzt der wertvollste griechische Spieler. 17 Millionen Marktwert. Nach ihm kommt Manolas, auch Innenverteidiger, der spielt ja bei Napoli. Der hat 15 Millionen. Das ist sehr, sehr krass. Wir haben jetzt den wertvollsten griechischen Spieler der Welt quasi im Kader. Und da auch noch das letzte zum Thema Transfers kam ganz aktuell noch rein. Da scheinbar auch Newcastle United kam quasi über einen Arsenal-Account, das Ding. Dass Newcastle United interessiert wäre an Mafropanus und da auch 26 Millionen Pfund zahlen würde. Oder scheinbar Interesse daran hätte. Aber wie gesagt, erstmal im Sommer holen. 3 Millionen, dann können sie gerne rangucken. Newcastle natürlich auch ein Klub mit den Saudis. Das ist jetzt im Hintergrund, die ordentlich, ordentlich Kohle bieten könnten. Da muss auch nicht bei 26 Millionen, natürlich ist es nicht 1 zu 1, aber da muss es nicht bei diesen 25 bleiben oder so. Da kann es schon gut über 30 gehen, glaube ich. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Bin ich mal gespannt drauf. So, wir kommen zu Silas, der jetzt, glaube ich, aktuell nicht so ganz entspannt drauf ist. Weil der Bré hat die Bild auch schon geschrieben gehabt. VfB-Star Silas soll in den Kongo reisen für ein neues Visum. Wo war hier das Zitat? Jetzt finde ich es gerade nicht mehr. Hilfe. Der Kollege musste nämlich nach dem großen Schlag, einem großen Knall mit dem Namen Silas Katompa am Wumpa statt Silas Vaman Kituka. Hat natürlich auch rechtliche Folgen, Aufenthaltsgeschichten und so weiter und so fort. Und direkt einen Tag, nachdem er am 26. November nach seinem Kreuzbandriss und 8 Monaten Reha erstmals als Katompa am Wumpa für den VfB spielte, wurde nach Bildinformationen seine Aufenthaltserlaubnis von der Ausländerbehörde einkassiert. Seitdem befindet sich Silas in einem Arschwebezustand. Ist das deutsch? Keine Ahnung. Genau. Aktuell, sein Anwalt hat es der Bild gesagt, aktuell besitzt Silas ein Aufenthaltsrecht und weiterhin eine Arbeitserlaubnis. Aber die Schukata Ausländerbehörde will, dass er zurück in den Kongo reist. In die Hauptstadt Kinshasa. Nach dem Köln-Spiel. Und da eben dann in der deutschen Botschaft ein Visum beantragen will, wenn er nach Deutschland kann und so weiter und so fort. Diese ganze Kacke, auch gerade in Richtung Corona und so weiter und natürlich auch für ihn, ist es, glaube ich, gibt Schöneres, als für den jetzt in den Kongo zurückzureisen und irgendwie mit Visum und so weiter zu gucken. Das war ja auch so ein Hauptding mit den Spielerberatern oder den Geschichten, die eben genau mit sowas Druck aufgemacht haben, dass er für sowas wieder zurück muss in den Kongo. Kann sich bestimmt auch geileres vorstellen. Der VfB wollte, dass diese kompliziertere Reise irgendwie ein bisschen normaler läuft. Ein bisschen, ja, keine Ahnung. Er nicht direkt in den Kongo muss und alles, was irgendwie anders läuft. Das wurde abgelehnt. VfB bitte wegen Silas wird abgelehnt. Und heute dann auf einmal ein Bild aufgetaucht von Serge Nkonde auf Twitter mit Silas. Französischer Tweet, ich habe mir jetzt mal automatisch übersetzen lassen. An diesem Dienstag, dem 21. Dezember, habe ich den kongolesischen Nationalspieler Silas Karton beim Wumpa empfangen. Der jetzt bei den Leoparden spielberechtigte Stuttgarter Stürmer, auch komisch. Geile Übersetzung. Ist zu Hause, um die Verwaltungsstandards der Demokratischen Republik Kongo einzuhalten. Das heißt, das Thema, der Kollege ist einfach schon da. Er ist einfach schon da. So schnell ging es, er ist schon da. Und wie jetzt auch die Stuttgarter Nachrichten schreiben, hier trifft in seiner Heimat den Sportminister. Visum erhalten. Genau, alle Dokumente hat er bekommen. Neues Visum für Deutschland, auch alles am Start. Und müssen nun weitere Formalitäten geklärt werden. Bedeutet im Endeffekt, das scheint zu laufen. Und scheint dann auch recht zügig zu laufen, so wie es wirkt. Direkt schon am Start. Ist einfach ein komplexeres Zusammenspiel aus Aufenthaltsrecht, Beschäftigungsrecht und Strafrecht. Aber das scheint sich dann hoffentlich so ein bisschen zu legen. Und Silas muss sich, glaube ich, nicht die Nächte um die Ohren schlagen. Vielleicht auch in Gedanken vor allem nicht die Nächte um die Ohren schlagen. Was das angeht, das Thema scheint. Wenn das schon am Start ist und wenn so positive Nachrichten kommen, dann wohl auch formell und alles irgendwann bald geregelt zu sein. So, letztes Thema. Spielplan und Corona, nennen wir es mal. Das ist der VfB Weihnachtsfahrplan. Der VfB hat seit Montag frei, die Spieler. Haben sich jetzt in alle Himmelsrichtungen verstreut. Hier schreibe ich sogar Nachrichten von Sosa, der in New York ist. Ich habe auch schon gelesen, dass die ersten Mal, ne, Klassikkarakter, dass die ersten schon mal auch wieder in Dubai sind und whatever. Am 30. Dezember müssen alle wieder zurück sein. So, dann Trainingsplatz wieder, werden sie dort wieder erwartet. Dann beginnt die Vorbereitung. Nochmal am 1. Januar bekommen sie nochmal einen Tag frei. Und danach geht es ja schon direkt wieder weiter. Wir haben eine sehr kurze Winterpause. Am 8. Januar geht es ja nach Fürth. Trainingslager oder ein Hotelspiel sind nicht geplant. Schreiben sie noch. Was geplant ist, Überleitung des, ja, gottesgleiche Überleitung einfach, ist der Spielplan. Kam jetzt auch raus diese Woche. 17. Dezember kam er raus. Gehen wir mal eben kurz durch. Zu zwei, ein, zwei Sachen wussten wir, glaube ich, schon. Ich glaube, die ersten zwei Spiele wussten wir schon. Wussten wir die schon? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt am 21. Spieltag, nee, am 20., da fangen wir an. 22. Januar, Freiburg auswärts, ein Samstag, 15.30 Uhr. Wäre auch eine Auswärtsreise gewesen, die man durchaus hätte antreten können mit Zuschauern. Genauso auch wie Fürth. Das wäre das dritte Autospiel in Folge nach Köln, was entfernungsmäßig und sowas total schlicht wäre. Da hätte ich auf jeden Fall versucht, irgendwie hinzukommen. Aber die News, die quasi direkt danach kommt, der nächste Tab für mich hier quasi ist, die macht es wieder kaputt. Gut, danach Frankfurt zu Hause, Samstag, 15.30 Uhr. Danach Leverkusen auswärts, Samstag, 18.30 Uhr. Bochum zu Hause, Samstag, 15.30 Uhr. Hoffenheim, auch mögliches Auswärtsspiel. Muss mal gucken, 25.2., wie es da dann aussieht. Ich muss auch gucken, wie es am 22.01. aussieht. Da kann man ja doch nach Freiburg, aber mal schauen. Ist ein Freitagabendspiel in Hoffenheim, 20.30 Uhr. Danach Samstagabendspiel zu Hause hier in Gladbach um 18.30 Uhr. Danach nochmal zwei Samstag-15.30-Spiele. Zuerst in Union, dann zu Hause gegen Augsburg. Also wirklich bis auf dieses eine Freitagabendspiel, alles am Samstag. Alles am Samstag. Das ist absolut geil. Ohne Witz, das ist absolut geil. Nicht diese ständigen Sonntagsspiele, mal 15.30, mal 18.30, das ist scheißegal am Samstag. Sehr, sehr entspannt. Auch das Freitagabendspiel in Hoffenheim. Nehmen wir mit. Freitagabend, alles in Ordnung. Könnt mal locker easy hinfahren auswärts, wenn das dann so möglich ist, offiziell. Aber, würde ich sagen, hatten wir schon schlechtere Ansetzungen, weil wir halt wirklich kein einziges Sonntagsspiel hatten. Die haben ja bisher für die Saison bestimmt die Sonntagsspiele bei uns. Nehme ich hier. Beschluss. Ab dem 28. Dezember kehren deutschlandweit die Geisterspiele zurück. Wegen der Angst vor der Corona-Variante Omikron gab es jetzt am Dienstag, ja, Dienstag, gestern, gab es die Bund-Länder-Konferenz. Und da hieß es wieder, überregionale Großveranstaltungen dürfen nicht mehr mit Publikum stattfinden. Das betrifft insbesondere Fußballspiele. War so ein bisschen zu erwarten, ist schon ein bisschen durchgedrungen, die ganzen Geschichten. Ja, das haut schon rein, weil es auch uns wieder pro Heimspiel wieder zwei Millionen nimmt. Oder ein Topspiel gegen Bayern vier Millionen, die zahlen, keine Ahnung, ich weiß schon, wie jeder mittlerweile auswendig, wie viel du pro Heimspieler als Verein verlierst. Das kackt rein, ne, aber so wie sie alle ihre Modellierungen haben, wie sie alle ihre Befürchtungen haben, wie gesagt, ich bin in keiner Welt ein Virologe. Aber es scheint ja nicht ganz undramatisch werden zu können, sollte diese, ja, diese neue Variante hier wirklich komplett dominieren. Doof gesagt, dass das Infektionsgeschehen dominieren, dann können das wirklich. Das können scheinbar nicht so ganz lustig werden. Muss man natürlich absehen, ist jetzt erstmal eine Vorsichtsmaßnahme, doof gesagt. Natürlich kackt es komplett rein, also, ja, hat uns ja schon abgefuckt, als das mit, vor dem Hertha-Spiel schon losging, weil es auch damals noch weniger begründet ist als jetzt. Ich meine, jetzt ist es an den Zahlen auch nicht begründet, weil die gehen runter wie sonst, war es erstmal seit Jahrhunderten gefühlt, doof gesagt, oder seit über einem Monat auf jeden Fall, unter 300 die Inzidenz in ganz Deutschland und sowas, ne. Aber da könnte halt was auf uns zurollen und davor haben sie jetzt halt die Maßnahmen gemacht. Und natürlich, klar, ist ja zumindest diesmal nicht nur nach dem Motto, ey, Fußball macht zu, es haben wirklich alles, Bars, jegliche Großveranstaltungen, alles ist weg, gefühlt, ne. So nach dem Motto, alles weg. Sicher auch an Silvester oder, ne, ab dem 28. Weihnachten noch nicht betroffen, aber ab Silvester, oder für Silvester dann vor allem, haben wir auch selbst Geimpfte und Genesene, haben da zehn Leute maximal zusammen, privat, draußen, wie drinnen. Ne, das sind wieder ordentlich, ordentliche Maßnahmen. Also, die kann man diskutieren, machen wir aber nicht, wir sind ein VfB-Kanal. Was uns betrifft, ist das Thema Geisterspiel, die kotzt natürlich an, aber, ne, müssen wir dem Experten vertrauen und alles, dass da, ne, dass das alles schon gut ist, da mit Vorsicht ranzugehen. Lieber jetzt schon mal quasi vorher ein bisschen bremsen, als dann quasi später panisch nachjustieren zu müssen und komplett alles wieder dicht zu machen oder wie auch immer. Ähm, auch sehr interessant. In England scheint das Ding ja mehr oder minder angekommen zu sein oder zumindest, ne, ja, die haben ja seit, weiß ich, wann war das, im Mai oder so ihren Komischen Freedom Day gehabt. Ja, der sah bisher immer ganz nett aus. Also, Infektionszahlen immer, gerade im Fußball sind, ne, Infektionszahlen recht ähnlich wie in Deutschland. Inzidenzen und so weiter, alle recht ähnlich und trotzdem haben die seit Mai ihre Stadien offen, keine Masken und alles, was soll das? Ich will auch wieder voll Stadien haben. Jetzt so langsam fängt es bei denen an mit den Corona-Geschichten. Ähm, auch wieder ein paar Schritte zurückgegangen, glaube ich, dort in England. Ähm, und auch vor allem viele Spiele abgesagt. Tottenberg, glaube ich, für drei Spiele am Stück abgesagt und alle sind jetzt sogar aus der Conference League rausgeflogen, weil sie nicht mehr wiederholen und wiederholen können oder wie auch immer das Spiel. Spiel da gehabt, wo gefühlt die Hälfte der Spiele abgesagt wurden wegen Corona-Ausbrüchen. Also, das ist echt der Wahnsinn. Und da sehr interessant einen Tweet gefunden. Können natürlich auch durchaus, aber das liegt natürlich hauptsächlich daran, wie es mit den Spielern und Staff und so weiter aussieht. Äh, da kann ja jetzt der Normalbürger nichts dafür, dass ein Spiel abgesagt wird, ne. Das sind ja nur die Spieler mit ihren Tests. Äh, und da liegt es einfach wohl daran, dass sie einfach eine Kack-Impfquote haben dort. Hier hat es jemand aufgelistet. Die italienische Liga, 98 Prozent doppelt geimpft. Oder halt, ne, weiß ich, hat, schreibt jedes Mal nur doppelt geimpft, vielleicht auch manche mit Booster, bla, bla, ne. Auf jeden Fall ausreichend geimpft, wie auch immer. Ähm, französische Liga, 95 Prozent. Wir, Bundesliga, 94 Prozent. Äh, Spanisch Liga, 90 Prozent plus. Also, da keine genaue Angabe. Und die Englisch-Liga hat da wohl 68 Prozent, ähm, Quote von doppelt geimpften. Also, ne, damit könnte man sich so ein bisschen erklären, warum da gerade in England, äh, alles komplett, ja, schon krass abgeht in der Premier League. So, auch diese ganzen, ne, jetzt haben wir es hier wieder mit Boxing Days, äh, um Weihnachten und Silvester rum und so weiter. Die sie ja auch wieder alle spielen wollen. Mal gucken mit Zuschauern und wie auch immer. Auch da gibt es, glaube ich, die ersten Diskussionen über Geister spielen und alles. Also, ne, das könnte schon sehr lustig werden, ne. Also, man hat so ein bisschen das Gefühl, auch gerade bei diesem Omikron-Ding, auch wenn ich, wie gesagt, auf den Fußball halten will, ein bisschen das Gefühl, als würde man gerade wieder so ein bisschen im März 2020 stehen. So, gefühlt neue Variante und alles nochmal von neu, doof gesagt. So, auf einmal wieder Geisterspiele hier. Selbst für Geimpfte und Genesene, dicke, dicke Kontaktbeschränkungen und so weiter. Ne, nicht nur bei uns. Das ist ja auch in Portugal so, ist auch in England so, ne. Wir sind nicht die Einzigen. Ähm, hat das Gefühl, man wäre wieder im März 2020 und mal gucken, also, bin mal sehr gespannt, wie viele Heimspiele oder generell Spiele und Stadion-Vlogs, doof gesagt, ich euch bieten kann in der Rückrunde. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf oder ob es gefühlt eine Rückrunde der Geisterspiele wird. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe natürlich, dass es, doof gesagt, im Januar halt kurz die Panik ist, die sich nicht bestätigt und dann geht es wieder weiter mit ganz normalen Steinen und so weiter. Natürlich der Traum so, aber ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Sonst können wir uns wahrscheinlich echt wieder auf ein paar schöne Livestreams einstellen, ne. So ist es ja nicht. Ähm, und zum Schluss noch schöne Message. Ach du Scheiße, fast 40 Minuten, aber gut. Hat sich einiges angesammelt. Ähm, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr allen VfB-Fans. Wir sehen uns, hä? Ach, 2020. Wir sehen uns 2022 wieder im Neckar-Stadion. Für immer weiß-rot. Haben hier, äh, die VfB-Ultras an die Kurve quasi, äh, hingehangen. Äh, den Banner oder wie auch immer, ähm, ans Stadion gehangen. Sehr, sehr schön. Äh, an uns lag es mal wieder nicht. Das gesamte Jahr über nicht. Auch in Köln nicht. Ähm, ich freue mich doppelt und dreifach drüber, dass ich jetzt nochmal in Köln war. Gerade, weil jetzt die nächsten Spiele wieder alle Geister-Spiele werden. Ich freue mich doppelt und dreifach, dass ich in Köln nochmal war. Ähm, habe ja auch kein Nachbricht. Ich kann hier kurz sagen, ja, das, ja, ja, ich werde im Hinrunden fahrzustellen nochmal kurz drauf eingehen, aber nachbricht selber nicht. Ich kann hier ganz kurz so zwei, drei Sätze so sagen zu Köln. Also, war ein geiler Trip. Also so oder so. So, alles das klassische Auswärtsfazit, wenn man quasi verloren hat. So, wir können nichts dafür. So, der ganze Trip war geil. Zwei Stunden oder zwei, ne, wie viel? Also, dreieinhalb Stunden, glaube ich, vor Spielbeginn war ich in Köln. War auch noch nie in Köln davor. Generell nicht. Ne, die Brücke, die, kleiner Weihnachtsmarkt gab es. Ähm, Kölner Dom und so weiter. Ein bisschen durch Köln gelaufen. Wirklich schön, wirklich schön. Haben wir auch im Vlog gesehen, glaube ich. Wirklich schön gewesen. Danach beim guten Lukas Podolski dünner gewesen. Alles geil gewesen. Trip geil gewesen. Ausflug war cool. War natürlich wieder perfekt in der Ecke, wo halt wirklich auch zwei, drei Leute, die, ja, die, die Antreiber quasi gemacht haben. So, die Vorsänger, die Vollgas gegeben haben. Es war richtig, richtig geil. Spiel selber nicht. Absolut nicht. Ähm, ein Spiel, das du eigentlich in 90 Prozent der Fälle mit 0 zu 0 rauslaufen musst. Ja, keine Ahnung. Dann fällt da noch so ein scheiß Modest-Tor. Fußball ist einfach viel zu vorhersehbar. Ähm, und alles andere, hebe ich mir doof gesagt, für, fürs Hinrunden-Fazit, ähm, auf. So, Spiel war, war nicht gut, war kacke. Die Leute, war komplett die Luft raus. Einfach auch nicht gut verteidigt. Du hast ja, glaube ich, vier Leute um Modest herumstehen. Der macht natürlich sensationell, auch wie er den reinsetzt, den Kopfball, aber ist trotzdem zu verteidigen in so einer Überzahl. Muss eigentlich mit 0 zu 0 rauslaufen. Dann ist auch keiner mehr oder minder unglücklich über das 0 zu 0, worüber ich nur extrem unglücklich bin. Wir sagen, das Wort unglücklich trifft es da gar nicht. Ich bin extrem angepisst, habe da auch einen Flock mit reingebracht, dass da halt Real Talk kein verschissener Spieler danach vor diese Kurve ist oder vor diesen Auswärtsblock ist. Ich meine, ja, es war kein normales Spiel, 15.000, nur 750 Auswärtsfans, ist nicht normal, aber es war hier ersichtlich, dass ein Auswärtsblock da ist. Wir waren sehr, sehr gut dabei, teilweise, also teilweise über weite Strecken, natürlich immer schwer zu sagen, aus unserem Block, aber aus unserem Block vom Gefühl her, über weite Strecken lauter als die Kölner Fans und dann kommt da keiner. Jahresende und dann kommt da keiner. Nach so einer Leistung, nach so dumm 1-0 verloren, alle sind gefrustet, dann kommt da keiner in die Kurve. Ich habe auch gelesen, ich habe auch gelesen, dass es auch so in Wolfsburg war, da ist nochmal ein Ticken was anderes, weil da waren ja offiziell keine Auswärtsfans zugelassen, da waren halt verstreut ein paar VfB-Fans, coolerweise so, aber es gab ja keinen offiziellen Auswärtsblock, wo sie hinlaufen können, da verstehe ich es noch irgendwo, aber in Köln halt überhaupt nicht. Da war ein klarer Auswärtsblock da, da war das Support da, man hat uns gehört, wir waren da und dann kommt da keiner hin. Das ist ein ganz, ganz übles Zeichen, finde ich komplett, komplett lächerlich, komplette Frechheit, aber wie gesagt, den Rest hebe ich mir auf für das Hinrunden-Fazit, das ist dann dieses Wochenende, vielleicht an Weihnachten, vielleicht am ersten, vielleicht am zweiten Weihnachtsvertrag, irgendwann da um den Dreh, Freitag bis Sonntag, irgendwann da kommt das Hinrunden-Fazit. Ich bin raus für die VfB-News, habe auch lange genug gelabert, war aber auch viel innerlich dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen, vor allem fürs Zuhören hier immer und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.